Guten Tag zu einem neuen Video bei Melvin Zockt. Wir machen heute ein Video und wir kämpfen heute gegen Melvin Zockt. Melvin Zockt ist auch mit dabei und wir fangen gleich an mit dem ersten Kampf gegen Melvin Zockt. Wir fragen mal nach, ob jemand... Melvin Zockt ist online, oder? Ja, ja, Melvin Zockt ist online. Und hier, Melvin Zockt, spricht jetzt mal. Ja, Melvin Zockt will nicht. Sprechen? Das verstehe ich schon. Ja, Melvin hat auch nicht gesprochen. Hast du Brick und Lerker schon? Wir verlieren gerade, oder? Ne, wir gewinnen gerade. Wir sind in Führung. Oder? Ja, steht. Wir stehen in Führung. Ja, ja, Melvin Zockt ist schlecht. Also nicht so schlecht, aber gegen mich kann er nicht gewinnen. So, wir setzen mal den Schweine-Ritter. Auf Level 7, dann Prinz, Level 4. Wenn ihr es bemerkt habt. Ja. Wir setzen mal Beban mit Lakaien. Und danach sofort die Lakaien-Horde. Und ja, jetzt haben wir mal einen Kämpfer gewonnen. Yeah. Und jetzt machen wir noch einen. Jetzt machen wir das. Ja, okay. Wir schauen mal. Wir setzen mal, wir setzen das Riesenskelett. Wir machen es auch dann. Riesenskelett gegen Riesenskelett und Prinz gegen Turm. Wir setzen auch den Wut. Das ist schlecht für uns. Scheiße. Scheiße. Bombe. Scheiße. Scheiße. Bombe, Bombe. Scheiße. Keine Ahnung, was ich da singe, aber ist mir auch egal. Riesenskelett. Ich habe einen Ball. Ich rede doch. Ich habe einen Ball. Ich mache das jetzt, das ist wichtig. Ich habe einen Ball. Wir setzen mal den Schweine... Den Schnitzelreiter. Mit den Lakaien. Ich hoffe, der Schweine... Ich hoffe, der Schweinereiter... ...kann das schaffen. Noch einen Schuss. Noch einen. Ja, der Schweinereiter hat es geschafft sogar. Oh, Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem gegen den Ballon. Wir setzen mal den Prinz hier. Scheiße, Scheiße. Der ist so gut. Ja, Prinz wird ihn schon aufhalten. Er ist down. Wir haben gewonnen. Und ja, das war es mit diesem Video. Und ich lasse nochmal einen Hintergrund von Legendäre Arena 10 laufen. Und dann könnt ihr mal schauen, was so in Legendäre 10 Arena passiert. Legendäre Arena 10. Und dann geht es um... Vielen Dank.